Japan wird von einer verheerenden Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe heimgesucht. Ein Beben der Stärke 8,8 bis 8,9 ereignet sich vor der Ostküste des Landes, knapp 400 Kilometer nordöstlich von Tokio. Das japanische Meteorologieamt spricht vom stärksten Beben, das je in Japan gemessen wurde. Durch das Beben und eine anschließende etwa 10 Meter hohe Flutwelle kommen nach vorläufigen Angaben Dutzende Menschen ums Leben. Es gibt zahlreiche Verletzte. Fernsehbilder zeigen, wie an der Ostküste des Landes Autos und Schiffe von den Wassermassen mitgerissen werden. Die Polizei nennt die Schäden so gewaltig, dass es lange Zeit in Anspruch nehmen werde, gesicherte Informationen zu sammeln. Rund um den Pazifik wird Tsunami-Alarm ausgelöst. Für Inselstaaten wie die Philippinen und den US-Bundesstaat Hawaii werden Evakuierungen eingeleitet. In weiten Teilen Japans wird der Flug- und Zugverkehr eingestellt. In einer Atomanlage im Nordosten des Landes bricht ein Feuer aus. Die Behörden versichern, dass weder dort noch aus den anderen Atomanlagen des Landes radioaktives Material ausgetreten sei. Ein weiterer Brand wird aus einer Ölraffinerie in der Stadt Ichibara bei Tokio gemeldet. Die Atomkraftwerke in der Nähe des Erdbebengebietes werden vorsorglich abgeschaltet. Das gewaltige Beben ist selbst in China zu spüren. Auch im 2500 Kilometer vom Epizentrum entfernten Peking sind die Erschütterungen wahrnehmbar. Länder in aller Welt bieten Japan Hilfe an bei der Bewältigung der Katastrophe.